hey leute wir sehen dass wir fleißig abonniert werden und wir freuen uns voll darüber wenn wir hoffentlich bald die 100 abonnenten schaffen das heißt also für euch fleißig weiter abonnieren und weitergeben und schauen und machen und tun dann werden wir für emily eine besonders gruselige challenge bei minecraft machen also bitte abonniert fleißig macht weiter wie jetzt wir freuen uns und emily wird sich nicht so freuen aber egal so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen challenge wir spielen auf schwer in dieser challenge und wir spielen nach dem wunsch von markrafter in den kommentaren mit goldrüstung und steinschwert und wir schauen mal wer die nachtlänge überlebt mit tolles skeleton creeper so legen wir los bis jetzt lauf ja dann mach was vergesst nicht zu abonnieren und ein like da zu lassen und auch wieder kommentare mit oh mein ja das habe ich mir auch wieder hinter mir ein skelett also ich habe einen endoman angeschaut obwohl ich ihn eigentlich nicht angeschaut zumindest dachte ich habe ihn nicht angeschaut aber er hat mich sofort attackiert keine ahnung vielleicht bin ich am bolt ja also meine tochter hat wieder gewonnen wir sehen uns bei der nächsten challenge bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal